Aufgenommen, mitten in der Nacht. Um halb zwölf haben wir aufgenommen und haben das dann nachts, war ich bis fünfe morgens dran, das noch hochzuladen, damit es dann am Sonntag dann rechtzeitig kommt um zwölf, weil wir einfach gedacht haben, es war ganz spontan die Idee. Ah, witzig. Wir haben Weihnachtsmajong gespielt. Ja, hab ich gesehen. Fand ich ewig geil. Ich hab's nur sporadisch reingeguckt und irgendwann hat sie dich dann selbst Game Over gesehen. Gleichzeitig wie der Kollege, das fand ich ziemlich cool, ohne Spaß. Vorher haben wir ja unterschiedlich gespielt, das fand ich ziemlich witzig. Ja, das werden wir jetzt auch Nikolaus noch machen und jeden Advent haben wir das vor. Irgendwas anderes halt dann. Ach gut, gut, dass ich den Wassereimer dabei hab. Nicht. Ach, verdammte Axt, du, das kann ja wahr sein. Ich steh drei Tage da unten im Keller und denk mir noch, hm, hoffentlich hast du nichts vergessen, ne? Und dann die Hälfte vergessen. Jetzt muss er schon wieder bergsteigen. Ach, Mann. Hab ich ab Glas mitgenommen? Nein, hab ich nicht. War doch an der Glaskiste. Aber Glas haben wir auch noch jede Menge in der Kiste. War doch gerade an der Glaskiste, weiß ich weiß nicht. Ich geh nochmal zurück. Mann, 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 du. Kann nicht so weitergehen. Es kann nicht so weitergehen. Oh, heil. Oh, das war jetzt aber unfair. Der Berg hat mich ewig hier verarscht. Hat nicht nachgeladen. Ich hab mir gedacht, ich kann geradeaus weiterlaufen. Da kommt ja ein Berg. Hallo? Los. Aber mit dem Abbauen und alles klappt vernünftig? Ja, ja. Also nicht, dass die Blöcke wieder auftauchen oder so. Kurz mal teilweise, ja. Aber sonst nicht. Ich bin Arzt, lass mich durch. Doin. 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 Oh, das wäre ewig cool, oder? Wenn es eine Mord gäbe, dann doin. Wenn du springst, doin. 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 Oh, das wäre, glaube ich, für fünf Minuten lustig. Und dann wäre es einfach nur noch nervig. Doin. 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 Ja, mit der Mühle muss ich mir noch was überlegen. Doin. 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 Ach, je. Ich gehe jetzt mal irgendwas verzaubern. Mit meinen 30 Leveln. Hm. Was hätten wir denn hier noch? Vergesse ich das Wasser einmal nicht? Beinahe schon wieder vergessen. Super laut. Eisen. Eisen. Hallo. Eisen ist da unten, okay. Ich glaube, ich verzauber mir mal einen Diamantbrustpanzer. Oh, der Henscher. Upsa. Richtig. Muss man ja schlicht und einfach so sagen. Und wird er dahin laufen. Ja, hier wollte ich. Ach, ich bin gerade überlegen, wie der ging. Ach, der so rum ging der. Zack. Zack. Diamantbrustpanzer. Doin. 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 Das habe ich weggeschmissen. Den ich cool vorstellen und Spaß. Doin. Doin. Super cool. Ach, je. Hab ich den Verschwert. Schärfe 3. Ja, damit kann ich leben. So, dann verzauber ich jetzt mal hier den Spaß von Diamantbrustpanzer. 30 Level. Was haben wir? Schutz 3. Ja, damit kann ich leben. So, dann testen wir das Ding doch direkt mal und gehen ein paar Zombies jagen. Wenn ich es dann schaffe, aus der Tür rauszugehen. Weißt du, nicht mal aus dem Haus rauskommen, aber Zombies jagen wollen. Das ist super. Creeper. Oh, das war knapp. Wahnsinnig, wie das nachladet hier. Weck mir mal. Aua. Jetzt schon wieder. Ach, ich mach mir immer Aua. Lasst mich in Ruhe. Was ja auch noch eine Idee wäre, eine Monsterfalle, wo wir dann uns unten hinstellen und einfach nur die Level fließen lassen. Wie ist das Wasser hier komplett, oder was? Lasst mich in Ruhe. Komm, jetzt. Jetzt ist Schluss. Ja, jetzt ist Schluss mit Lustig. Jetzt habt ihr mich saugmal. Aua. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Toll, jetzt wollte ich hier Monster-Schnitz hingehen. Nein, bitte nicht. Wo bist du eigentlich? Bist du immer noch da oben auf dem Berg? Schön wär's, oder? Ich bin sicher. Hilfe. Ich habe hier gerade ein bisschen Ärger. Wieso? Wo bist du rum? Huuuuh. In eine Sargasse reinlaufen. Dumm kann das sein. Nein, stirb, 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 stirb. Huuuuh. Und Sauberer. Alter, ohne Spaß. Hier geht's gerade voll ab. Wo zum Henker bist du? Und probiert gerade hochzukommen. Hier ist alles an die Fächer. Verpast euch. Oh. Bling, 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 bling. Jetzt will ich aber da hoch. Ich fühle mich da oben sicher. Aha. Sieht eigentlich schon cool aus, so unsere... Unser kleines Dörfchen. Oh ja. Hier habe ich jetzt ein Treppchen hingebaut. Das hat mir jetzt nichts gebracht, weil ich es jetzt wieder umgraben muss. Wieder zwei Blöcke hoch ist, oder? Ah, nee. Funktionieren jetzt? Ja, mein Treppchen. Ich bestaune ein bisschen die Natur. Ja. Hallo Haus, hast du mich schon vermisst? Mal ausbreiten hier. Wir könnten uns ja auch mal eine Burg bauen. Aber dafür brauchen wir richtig viele Steine. Ja. Also, richtige Steine. Das ist doch schwer zu beschaffen. Nee, eigentlich nicht nur. Es ist halt viel Sisyphus-Arbeit, weil man einfach so viele Steine brennen muss. Oh mein Gott. Ja, ich meine ja... Ich bin da eigentlich, wenn du 30 Millionen Öfen hast. Ganz untertrieben gesagt. Ja, die wollen aber auch erstmal gebaut werden. Fahrstuhl, bitte erfülle deinen Zweck. Danke. Ah, wir hatten doch so viel Kies gesammelt, ne? Weiß ich nicht. Kann man hier mal die... Ich meine... Doch. Kann man hier mal die Wege weitermachen? Ich hätte erstmal Platz geschafft hier. Das kommt hier rein. Das brauche ich momentan nicht. Glas mache ich mal hier rein. Brauche ich eh noch nicht. Burgen. Okay. Huch. So, Akazienholz haben wir auf jeden Fall jede Menge, falls du brauchst. Nee, brauche ich nicht. Na gut. Wolltest nur gesagt haben. Äh, was wollte ich denn jetzt? Ach ja, Kies. Kies. Ja, da haben wir doch ein bisschen was. Kommt jetzt nicht. So. Dann kommen hier Türen rein. Die von außen oder von innen machen. Das ist jetzt die Frage. Bist du dir noch unsicher? Ja. Naja, eindeutig. Da mal verändern wir das. Mir ist jetzt mal so aufgefallen, ähm, es gab dieses Jahr so viele gute Spiele, die rauskamen und im Dezember kommt gar nichts raus. Ach so, halbwegs vernünftig ist. Irgendwann möchte ich die Spiele aber auch mal spielen. Ja, natürlich, aber jetzt letztendlich, im Dezember kommt nichts raus. Und ich muss gestehen, ich habe für meinen Teil auch beim Steam Sale im Moment noch nichts gefunden, was mir so zusagt. Du, MacGarrie's Mod holen. Finde ich cool, das Game. Könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen, da ist noch was geplant. Oh ja. Ähm, das war nur 5 Euro, also es ist nichts Großes, aber es ist ein schönes Spiel. Garry's Mod war immer lustig, ich habe das früher gespielt, als es noch umsonst war. Ich habe wieder das Glück, dass ich ein bisschen zu spät dran bin. Viele nicht mehr umsonst. Es war einfach cool, weil, äh, ich mal so viel Scheiße da machen konnte. Genau, das irgendwann ist. Ein einziges Stück rund. Gravity Gun war lustig. Auch bei Half-Life schon, muss man einfach so sagen. Das passierte auf der Half-Life Engine. Huch. Jaja, ich weiß. Mensch, da, jetzt geh mal weg, Schnee. Ah, genau. So viel Weg hatten wir gar nicht mehr zum, äh, aufbereiten. Ja, da nur zwei Preisen. Vorhänger, jetzt ist die Frage, so ein großes Fenster braucht keine Vorhänger. Gut. Gut, dass ich das Fenster gerade abgerissen habe, wie ich da gebaut habe, genau gleich. Das ist sehr überlegt gewesen, vor allem, weil man Fenster nicht zurückkriegt, aber egal. Erst mal gucken, wie das aussieht. Komm, lass mich durch. Ich glaube, ich komme dich mal auf dem Berg besuchen. Hm. Und guck mir mal an, was du da treibst. Brauchst du noch irgendwas an Material? Soll ich irgendwas mitbringen? Hm. Weichenholz. Aber das haben wir nicht mehr, deswegen, nö. Äh, hab ich ja nicht. Hab ich ja nicht. Deswegen ist alles okay. Gut. Wo auf dem Berg bist du denn? Bist du nicht? Unsere Stadt, von unserem Dorf links, der Hohe da. Jaja, ich weiß, die coolen Berge da, ne? Hier sind die coolen Berge. Aber mir braucht gerade hier alles ewig zum Nachrendern. Das finde ich ein bisschen uncool. Ich sehe drei Enderman da hinten. Hallo? Renderst du mal nach? Wollt du ruhig rede mit dem Spiel? Ja. Das rendert nicht nach. Ich finde das nicht schön. Das sind keine Fenster immer. Ja, mal gucken. Baustelle Nummer zwei ist das da hinten. Das ist erstmal relativ egal, weil ich will hier oben dran. Über diesen Bereich. So, jetzt habe ich hier mal... Mein Balkon. So, auf welchen von den Bergen bist du da mit dem Wasserfall? Genau, der Wasserfall ist mein Fahrstuhl. Echt? Das klappt? Kommt man da bis hoch? Wascht, ja. Ja, nochmal ne. Volle Schicht. Ja, muss ich... Ja, doch. So, komm hoch mit dir. Kleiner Minecraft-Mann. Zum Beispiel kleiner Minecraft-Iron-Man. Den Skin haben voll viele. Habe ich jetzt letztens gesehen? Sag mal, den Skin kenne ich doch irgendwoher. Ah, da bist du ja. Ja, da bin ich. Baue vor mich hin. Wie ich das da hinten noch mache. Das weiß ich noch nicht. Kann man von hier bis zu unserem Dingens gucken? Ja. Aber ich sehe hier... Ja, ich weiß nicht. Ich muss noch mal wieder hier... Ich hatte gerade auf 15 gestellt. Sichtweite 7. Ich hatte doch auf 16. Mal gucken, wie es groß ist. Ähm... Keine Ahnung. So, 16. Wieso stellt ihr mir das denn immer wieder runter? 10 zu schlecht. Boah. Ich glaube nicht. So, 16. Komm. Gib ihm fertig. Frage. Jetzt baut er den Spaß wieder auf und dann... Schauen wir mal, ob man bis da hinten hingucken kann. Aber wahrscheinlich. Ja, man kann schon weit gucken. Äh, das Wasser ist eingefroren, ne? Ach, verdammt. Das ist dumm. Das hatte ich nicht gedacht. Ich meine... Ich denke mir gerade, hä, wo ist denn hier der Aufzug hin? Oh Mann, Nadrix macht meinen Aufzug kaputt. Ich habe gar nichts kaputt gemacht. Ja, genau. Ich bin da im Schwert hingegangen, hast eingefroren. Gibt es doch zu. Ja, genau. Weil ich sonst nichts zu tun habe. Oh, meine Kiste. Oh. Hey, die Einbub. Ich habe gar nicht neugierig, ne? Ich niemals. Warum auch, ne? Ja, das ist jetzt doof hier. Ja, da musst du wohl laufen. Ich habe Angst, ich will hier nicht runter springen. Doch, das glaubt, habe ich vorher auch gemacht. Ich glaube dir nicht. Dann halt nicht. Das Huhn, das fliegt gerade nach unten. Ja, das macht es dir vor. Ich habe es runter geschubst. Ja, das ist das. Untertitelung des ZDF, 2020